Dort ist sie die Bachsterze. Wir sind am 13.03.2022. Jetzt bewegt sie sich vorne. Jetzt sehen wir sie ganz wenig. Ich denke nicht, dass sie sich heute hier unten blicken lassen wird. Aber wer weiss, vielleicht ändert es sich. Und dann sieht die Branche auf den Barsen aus. Die Branche ist die Branche nach dem Barsen. Das ist der Grund. Das ist mein retour. Der Barsen-Barsen. Der Barsen-Barsen wird ein Barsen-Barsen verletzt. Das ist mein Barsen-Barsen. Vielen Dank.